Ja, erstmal herzlich willkommen zum ModernKoi-Blog und Sie haben es schon gesehen. Ich blogge nicht mehr über jede Innenhälterung, weil ich einfach gesehen habe, das Interesse ist bei Ihnen nicht ganz so groß. Aber ich blogge über jede Innenhälterung, wo wieder was Besonderes ist, wo ich den Leuten wieder was zeigen kann. Wie kann man das ganz einfach, ganz schnell, ganz unkompliziert machen? Und weil die Innenhälterungen, die stehen ja häufig im Garten oder in der Gartenhütte, in der Garage, im Keller, irgendwo. Und dann kommt es nicht auf die Schönheit an, dann muss das nicht gleich Tausende von Euro kosten, sondern dann ist es ja geil, wenn man eine einfache, schnelle Lösung hat. Es gibt schon Leute, die die Einkubik-Innenhälterungen bauen, indem sie einfach diese IBC-Behälter oben aufschneiden, Wasser rein, Anschlüsse rein, zack, 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 weiter geht's. Und als ich gerade hier reingekommen bin, dann habe ich als erstes mal Andreas gefragt, ich habe mich erst mal über die Form hier gewundert, denke ich, das sieht irgendwie komisch aus, habe aber dann dagegen gedrückt, habe gemerkt, es ist Isolation. Dann frage ich, Andreas, warum hast du hier zwei kleine Innenhälterungen und nicht eine große gebaut? Sagt er, ich habe drei Motorräder und die sind da gestanden noch. Und dann musste er halt sowohl dem Koi-Hobby als auch dem Motorrad-Hobby gerecht geworden werden. So ist das Deutsch, ungefähr, Sie wissen, was ich meine. Und dann hat er zwei kleine gebaut, sodass er hier noch seine Motorräder parken kann. Bin ich hier hingelaufen, dann habe ich erst mal gesehen, er hat hier Netz und Abdeckung. Dann sage ich, warum hast du Netz und Abdeckung? Dann sagt er, ja, im Sommer kann er das, wenn er sie betreibt, aber er hat gerade keine Fische, drum ist nichts drin. Wenn er sie betreibt, kann er im Sommer ohne diese Abdeckung arbeiten. Dann braucht er ein Netz, dass sie nicht rausspringen. Aber im Winter, wenn sie geheizt wird, dann geht es von der Luftfeuchtigkeit nicht. Und dann braucht er eben diese Stegdoppelplatten, Doppelstegplatten, die ich auch habe und sagt, das ist ein wahnsinniger Unterschied, ob die drauf sind oder nicht. Trotz Belüftung, man könnte ja jetzt sagen, ja gut, ich haue ja so viel feuchtes Wasser da durch, aber die Hauptquelle für die Luftfeuchtigkeit ist einfach die Wasseroberfläche, und die sollte man im Innenraum dann abdecken. Und dann habe ich ihn gefragt, was sind denn das eigentlich für Behälter? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. So, fühlt sich gut an. Und dann sagt er, das sind Pflanzkübel. Und dann ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen, wenn ich schon bei der Pflanzbaumschule Bruns war in Oldenburg. Da stehen diese Riesenpflanzen, was sie da zum Teil verkaufen, die sind genau in den Dingern drin. 1500 Liter, man hat sogar hinten, sehen Sie gleich, haben Sie noch eine Skala, wo Sie sehen, wie viel ist gerade drin in Ihrer Inhalterung, wenn man mal eine Medikation machen muss. Und die sind unzerstörbar, man kann aber wunderbar auch Anschlüsse unten reinbauen, das hat er auch gemacht. Und dann haben Sie für 180 Euro ein 1500 Liter Becken. Und wer jetzt gerade mal eine Quarantäne braucht auf 1500 Liter, also ob ich jetzt einen Meterfisch reinstopfen würde, weiß ich nicht für Quarantäne, oder ja, Quarantänezwecke, oder auch wenn er mal krank ist, übergangsweise aber auf 1500 Liter, alles bis 70, 80 Zentimeter, können Sie da bei der entsprechenden Wassertemperatur problemlos halten. Auch jetzt gerade mal, wenn man Fische zukauft und man möchte verhindern, dass eine Krankheit in den Teich kommt, da reicht das dicke, dicke aus. Da können Sie 10 Tose reinschmeißen, wenn Sie es richtig belüften und sich anständig drum kümmern. Und 180 Euro ist wirklich kein Wort, ein kleinen Filter dazu gepackt. Da sind Sie mit 500 Euro, haben Sie wahrscheinlich alles, was Sie brauchen. Und vor allem ein deutliches Stück mehr Sicherheit, wenn auch nicht die absolute Sicherheit. Die gibt es nicht, da hatten wir es schon oft davon. Aber wirklich ein geiles Ding und stabil und vor allem so stabil, da kann man auch mal mit dem Auto dagegen dotzen. Da geht noch lange nichts kaputt. Andreas hat es aber nicht nur als Quarantäne, sondern auch als Aufzuchtstation und aus diesem Grund auch mit einem entsprechenden Filter ausgestattet. Und hier sehen Sie, das sind die Markierungen, 1500 Liter. Und das ist schon im Betrieb, das sehen wir hier, auch schön Kalk ausgefallen. Hier unten hat er seine Anschlüsse reingebaut und macht im Prinzip das Gleiche wie wir bei unseren Anlagen, dann, dass er oben reinkommt, auch noch ein Schutzrohr drauf, dass sich die Fische, ein Isolationsrohr drauf, Schaumstoff, Isolation, Rohrleitung drauf, damit sich die Fische nicht verletzen können. Und im Prinzip macht er es ganz genau so, wie wir in unseren Becken auch. Und hier ist dicke, dicke Isolation drauf. Ich sage ja immer, isolieren beginnt mit dem Heizen. Hier hat er auch noch eine Beleuchtung drüber. Die hier kriegen kein Licht, nein Spaß, die kriegen es auf jeden Fall. Dann, so wie ich das mag, mit, ich habe jetzt gedacht, das sind zwei Salzmesser. Das ist nur ein Salzmesser, das andere ist pH. Und, aber hier alles ordentlich, immer schön mit Handtüchern. Und hier hat er auch, vor sechs Jahren wurde die gebaut, vor sechs Jahren auch Oase Trommelfilter sich angeschafft. Und bis heute, toi toi toi, absolut störungsfrei, nichts passiert. Auch gleich die UV-Lampe mit dran, dann seine Biologie. Das ist hier alles, auch wie viel Kilo hast du schon gefüttert hier? 500 Gramm. 500 Gramm. Und das hat die weggepackt? Also Wahnsinn, 500 Gramm hat die Anlage weggehauen. Mit nur einem Filterbehälter, mit einem Biofilterbehälter, Heizung noch mit dran, Frischwasseranschluss. Und ja, alles gut, läuft alles. Also die zwei laufen über einen Filter. Konische Kalender, darf man nicht vergessen. Wichtig, ganz wichtig. Die Kleinen müssen ja mal wissen, wie sie irgendwann mal auszusehen haben. Man muss ja Vorbilder geben. Und dann hier, oh, gucken Sie, daran sehe ich immer, ob jemand Futterkäufer ist. Drei Kellen, vier Kellen. Und dann habe ich noch eine Fahne irgendwo gesehen. Und ja, da sind wir doch zu Hause. So, das sieht doch nach Weihnachtsaktion aus, oder? Ja, genau. So, also, da komme ich gerne wieder. Ja, Makoto, hallo, lange nicht gesehen. Und einfach eine geile Idee, aus Baumkübeln seine Quarantäne zu bauen. Ich weiß, es gibt x verschiedene Behälter zu x Preisen. Es geht auch immer noch günstiger. Wir haben bei Christian, wo ich gestern war, das war auf der Ostseeseite, jetzt sind wir auf der Nordseeseite. Also Pflanzen sind Nordsee, Ostsee ist dann wieder mehr Werft. Da hat man diese Umzugscontainer für Seefracht, bla bla bla, die man dann auch besser in den Keller bekommt. Die bekomme ich natürlich nicht in den Keller, nur wenn ich entsprechende Türen habe. Aber die Idee ist einfach geil, diese Pflanzkübel zu nehmen, weil sie einfach aus einem geilen Material sind und praktisch unzerstörbar sind. Und da kann ich auch mal dagegen dotzen, ohne dass gleich was passiert. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Blog. Ciao.